Blablabla Jetzt kommen wir zum Pokalspiel in Eckhardt Pokal. Heute gegen Kiepfeld 3. Die Gäste spielen mit Frank Donner, Hai Hoang und Rheinland Schleifrecher. Kiepfeld spielt mit Luntz, Großkopf und Lösch. Wir spielen auf den zwei Platten und beginnen mit Luntz gegen Donner und hier Großkopf gegen Hoang. Ich wünsche dem Spiel einen spannenden Fährverlauf. Applaus Wooten Applaus Hast du die Waffe? Applaus 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 Nö, der dritt der, ne? Nö, der dritt der, ne? Süßes! Wahnsinn! Weiter! Aufschluss! Schenscht! Wärme sie! Schenscht! Wärme, tauschen? Wärme? Ja! Vielen Dank.